Willkommen zurück zu Pokémon Zaphir together! Dings... Ja... Und es geht auch direkt hier weiter in der Siegestraße. Es wird immer jemanden geben, der besser ist als du. Ja, deine Mutter zum Beispiel. Boah, und es ist so warm, sage ich euch, deswegen seid mir nicht böse, wenn ihr ab und zu meinen Ventilator im Hintergrund bumm hört. Ähm, ja. Da musst du jetzt mal ran. Oh, meine Knöchel! Die Knacken sind immer so schön! Spaß! So, Kaskade! Warum kann ich es überhaupt Kaskade, wenn wir einen... Haben wir überhaupt einen Sklaven für Wasserattacken? Ich glaube schon. So, Level 47. Was ist sowohl Luna? Ja, dann können wir das doch gleich so lassen. Oh, schön geil! Der Ventilator! So, dann noch einmal Kaskade, bitteschön! Ja, passt doch wunderbar! Ne, jetzt mal Spaß beiseite, das ist wirklich wunderbar! Ach, halt doch die Fresse! Ich weiß, du hast gerade nichts gesagt, aber... Du warst kurz davor! Du warst kurz davor zu reden! Ja, du warst kurz davor! Ich kann es bestätigen! Und... Alter, wie geht denn mein Vorhang ab? Na, muss ich doch den Ventilator ein bisschen wegdrehen? Ich hab den jetzt hier auf meinem Schreibtisch stehen. Naja... Hast Trainerin Mikaela besiegt! Du bist besser als ich! Das Wasser ist tiefblau! Wenn ich mal wüsste, wo genau ich mich befinde... Aber erst einmal nachschauen... Da geht es mit Jaskade hoch... Beutel... Schutz, 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 Superschutz! So... Hier geht es auch nach hoch... Oh, da war ein Item! Das... Möchte ich dann doch gerne haben! TM29... Das sind die TM9... Ist das vielleicht das, was ich denke, dass das ist? Weil wenn ist das... Ja, Psychokinese! Wunderbar! Ich gehe mal nachschauen... Was? Hallo? Ich mach grad gar nichts, ne? Und der läuft... Von selber... Na... Geht doch! Oh... Ich habe gehört, dass du herumtreibst... Bist du das? Starke Kind? Ich bin 17, du Arschloch! Ich bin 17, du Arschloch! Okay... Rein... Raimund! Eine Mischung aus Rainer Kaimund, oder was? Erster Mau... Biss! Von mir Stutze und Licht! Schalitzer! Du Schlitzohr! Donner! Bam! Alles im Negativbild! Und du bist tot! T-O-H-T! So, jetzt nächstes wird Rihorn... Ja, da wechsle ich gerne wieder... Okay... Okay... Wunderbar! Raimund setzt Rihorn ein... Obwohl ich hätte Erdbeben benutzen können... Scheiß drauf ist... Es ist ja schon kaputt... Es ist ja schon droht... Tentoxa... Da darf Yannis ran... Der ist der einzige, der noch nicht auf... Level 47 oder 48 ist... Raimund... Alle lieben Raimund... So, Konfusion... Uh! Spukball! Nice! Ne, jetzt mal ernsthaft, Joker! Richtig nice! Da sag ich nicht nein, wenn das so nice... Die Attacken sind... Ast-Trainerei und besiegt... Diese kleine Kröte ist echt stark! Ich zeig dir meine Kröte, du Lutscher! Sophie! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Hä 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 hä-ha. Ok, wahrscheinlich wird er beim... Beim Wasserfall... Äh, Dinginskirchen... naja ihr wisst schon ja natürlich genau bis aber das ist ja unlicht und licht stahl glaube ich scheiß drauf dass ich es zurückgeschreckt flunkiefer was hat überlebt wenn man schreckt es zurück was wir eben das haben sie auch sonst nirgendwo jeder gelaufene trainer setzen wir mal donner ein ja geht doch wenn es ein volltreffer ist dann bin ich froh darüber zur bier ist bleibst du gleich mal hier blockhütte okay der war schlecht spukball spukball oh mein oh mein gott ich bin fast tot da muss ich ja gleich mal meine pokémon heilen wenn ich wüsste wie lange die scheiß segelstraße noch ist weil die ist glaube ich auch ein bisschen anders als in alpha 4 soß beutel hypertrank da geben wir mal einen und hier geben wir auch mal einen und sag bitte dass wir ja da haben wir den belieber für inferno ach inferno ist auf dem niedrigsten level ja sage mal da musst du ja direkt an erste stellen ferne also so so das nein das geht ja nun mal gar nicht okay aber nichtsdestotrotz wer ist schock scheint wenn wir die mal auf dem einheitlichen level behalten was mal von dir ich wäre dafür wir leben dann alle mal so auf richtung 48 hoch und ich gebe jetzt es einfach mal den ep teiler bis auf 48 ist ach die kaskade war eine abkürzung wahrscheinlich oder aber das ist eigentlich wurscht da ist ein item scheiße ich glaube ich habe mich verlaufen egal was ist noch das item da dass die mir erst einmal diesen fisch hier besiegt haben inferno blut steinhagel stärke steinhagel ich glaube für dich suche ich dann auch noch meine heiner gescheiten tm fluchtwert steigt steinhagel und du bist tot ja so geht das so ist das geil nee also kadabra ja seit sich einfach das mein psychokinese boom baby oder erdbeben machen wir mal erdbeben intensität 9 ungefähr oder 8 oder sie ach komm fick dich doch dann darf mal stolz ran aber nichtsdestotrotz mein beleber für inferno weil sowas hat noch nie geschadet das ist nicht so effektiv kollege das brauche ich nicht mehr eis strahl so aber man mal eisenschweif du setzt wieder deine psycho kacke ein Das ist ein... Ja, geht doch. Voltenzo. Ja, da kommt auf jeden Fall Inferno wieder ran. Okay. Voltenzo wird eingesetzt. Ich setze Erdbeam ein. Oh nein. Oh. Nein. Geht doch. Warum musst du immer zurückschrecken, bevor es erst richtig geht? Digga, was hast du denn? Oh. Warum war ich auf den falschen Knopf gedrückt? Okay. Tengulis bleibt drin. Äh, ne, Quatsch. Inferno bleibt jetzt drin bei Tengulis. Allerdings, äh... Hyper Potion... Biatsch. Okay. Äh, was... Was mache ich denn jetzt schon wieder? Glut. Naturkraft wurde zu Spuck bei. Das bringt dir aber herzlich wenig, Kollege. Ich meine, ich stehe ja noch. Ach komm, nee. Nee. Das ist... Nee. Einfach nur nee. Sehr effektiv. Ah, es brennt. Außer es ist jetzt gleich wieder eine Top Genesung. Okay. Spuck bei. Oh nein. Wie schlimm es spukt. Zack. Tod. Yeah. Yeah. Gewonnen. Besser als seine Familie. Natürlich ist das möglich. Ähm. Ich schmeiß hier gerade mit den Tränken um mich herum. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Es geht. Superheiler. Na gut. Aber ich muss auch... Also, aber... Nebenbei auch noch bemerkt. Ich ha... Wir haben sehr viel Zeug dabei, das wir eigentlich gar nicht brauchen. Riesiger Wasserfall. Ja, na klar wollen wir Kaskade einsetzen. So, Beutel. Super Schutz. So, da ist die leider nach hoch. Und jetzt... Ja, du sitzt da drum rein. Obwohl... Ich will mal schauen, was da unten ist. Eine Trainerin. Eine Trainerin. Und hier... Was haben wir hier? Okay. Dähdäh. So. Ähm. Ja, save ich einfach mal hier. Was haben wir hier? Oh, ist das etwa schon die... Siegerade? Dann schau ich mal, was da hinten nochmal ist. Also, abgesehen von der Trainerin. Wahrscheinlich eh bloß ein Item. Ist ja auch jetzt egal. Hm, bum, badabum. Denn ich will heute die Siegestraße beenden. Na, Sknet. Na, Sknet. Ich bin ein Magnet aus einer Nase. Aber das könnte man wirklich meinen bei dem Namen. Na, Sknet. Okay. Hm, hm. Meditalis. Was hab wir denn da? Nee. Nee, nee, nee. Da mach man dich ganz normal. Sminder. Obwohl Scheiße. Ich hätte Jaans einsetzen können. Egal. Erdbeben. Wenn, oh. Und Nö. Das ist doch sehr viel... Oder auch nicht so effektiv. Sag ich nicht nein. Naja, gut. Ich darf mir da jetzt ein bisschen mehr davon erhockt. Boah, das Vieh ist auch Psycho. Na gut. Du brennst jetzt immerhin. Jetzt muss ich tatsächlich wechseln, weil ich Schiss bekomme. Du bist dran. Ja, du bist jetzt endlich kaputt. Kack, Meditalis. Entferner erreicht Level 45. Eruption! Geil! Oh yeah, Bitch. Und ich wollte noch nach einer Feuerattacke suchen. Okay, Kapaloris. Ja, da wechseln wir doch mal. Holz! Holz, Holz, Holz. Der Holzfäller, Holz, das heutige Holz, aber nur wenn das heutige Holz nicht so holzig ist. Nee, Moment mal, nicht ganz. Der Holzfäller, Holz, das heutige Holz, aber nur wenn das heutige Holz, das der Holzfäller, der Holz nicht so holzig ist. So war das. Ja gut. Absorber. Ist das nicht die schwächste Absorbier-Attacke, die es gibt? Ich denke schon. Ja gut. Meine Damen und Herren. Das. So, es hat Level 48. Gut. So. Ähm. EP-Teiler erhalten. Item geben wir dir einmal, den EP-Teiler. Im Inferno geben wir nochmal. Einen Hyper-Trunk. A Hyper-Potion. Hyper, Hyper, Baby. Und jetzt muss ich mal kurz mein Handy was fragen. Hallo, Handy. Geht doch. Ähm. Und in der Zeit geht's abwärts. Ähm. Na gut. Ah nee, Quatsch. Ja, das muss ich jetzt nochmal laden. Dann schauen wir hier einfach mal weiter. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ah nee. Nee, 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 nee. Schutz wirkt nicht mehr. Alles klar. Der Superschutz ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis ja übrigens der beste Schutz. Also. Also kauft nicht den Top-Schutz, weil der ist eigentlich teurer. So, Stärke. Inferner setzt Stärke ein. Und dieser Fels sieht zerbrechlich aus. Zertar Rimmera. Okay. Dann hier rüber. Hallo Trainer. Hi. Hallo anderer Trainer. Ein Ass-Trainer. Der heißt Edgar. Edgar Wallace, meine Damen und Herren. Ja, das hättest du auch gleich mal erupt schneiden. Ich meine, es hat ja zwei Vulkane aus seinem Rücken. Müsste es eigentlich einen doppelten Schaden machen, ne? Und da können alle anderen Pokémon, die in ihrem Pokémon... Also die in ihrem Pokédex-Eintrag stehen haben... Vulkan-Pokémon. Die sind im Gegensatz zu diesem Doppel-Vulkan... Gar nichts. Also halt die Fresse. Oh. Ja, äh. Hallo Jokek, du bist überrascht, mich hier zu treffen? Ich hab es bisher geschafft und das verdanke ich dir. Ähm, meine Jokek... Blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla. Versteht ihr? Nee? Nee? War ja klar. Altaria. Jo. Wahrscheinlich. Steinhagel. Ich meine, das Vieh ist ja flug und ich halte mich nochmal in den Ventilator, auch wenn ihr das jetzt wahrscheinlich hören werdet, aber das ist mir scheißegal, denn es ist scheiße heiß hier und ihr könnt das verstehen. Super. Warte, der hat nur einen super Trank, was ist denn der für eine Niete? Okay. Okay. Ähm, ja. Jetzt hätten wir mal Stärke ein. Wow, Aeroas, das hat sie jetzt voll gebracht. Zack, und du bist kaputt. Geht doch. Geht doch, Bro. Enekoro. Oh Gott, das Vieh kann doch eh nix. Ich meine, das ist Typ normal. Ja gut, hab ich gesagt. Äh, haha, ja gut, das hab ich aber. Ach, halt doch die Fresse. Hm. Okay. Angriff sinkt stark. Shit. Ähm. So. Top. Vier. Alter, ich wollte doch nicht die scheiß Karte aufmachen. So. Top. Vier. Höhen. Geht doch. Ähm, wo war ich stehen geblieben, Erdbeben? Äh, Drachentanz. Scheiße, ist dieser Attacke random. Okay. Du bist tot. Du bist tot. Ähm. Ja. Gut. Äh, scheiße, ich hab nicht geschaut, was das für ein Pokémon war. Magneton. Solange es keine Schwebe hat, kann ich ja in aller Ruhe Steinhage einsetzen. Triplette. Geht doch. Alter. Bloß mein scheiß Handy muss die Seite dauernd neu laden. Saphir. Nicht TS-Saphir. Saphir. Magneton wurde besiegt. Gardevoir. Da wechseln wir jetzt aber wirklich mal zu Panzer. Wunderbar. Okay. Ähm, was machen wir da? Das ist erst einmal. Heiko ist ja voll der schwache Trainer. Also bitte. Eisenschweif. Scheiße, nehme ich schon wieder lange auf. Supertrunk. Was kannst du eigentlich, Bro? Okay. Okay, ich schaue jetzt einfach mal auf der Poké-Wiki-Seite von Troy nach, welchen Level wir ungefähr haben müssten, um die zu besiegen. Janis erreicht Level 47. Ähm. Rosé, ja. Okay, da darf Janis ran. Ich meine, Rosé ist ja ein Gift-Pokémon. Okay. Ähm, ja. Dann, schauen wir mal. Okay. Sein stärkstes Pokémon ist auf Level 58. Ja, gut. 58. Das ist machbar. Alle sind etwa 10 unter dem Level. Wow, du wirst immer stärker. Ich konnte dich heute nicht besiegen, aber eines Tages werde ich es mit dir aufnehmen. Ja, gut. Ähm, schauen wir mal die Pokémon an. Bericht. Ähm. Okay, ich mach das keinen Sinn mehr. Dich auf jeden Fall und dich. Okay. Ich hab bloß gerade ein bisschen laut nachgedacht. Prachtpolis City. Sie erreichen den Eingang zur Pokémon-Liga. Wuhu! Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, über einen Joker hier das nächste Mal. Wir sehen uns, obwohl. Schauen wir mal, wie wir das machen, weil eventuell... Ne, was heißt eventuell? Wir werden auf jeden Fall das Ganze together dann machen. Und in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao.